Allahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Wir freuen uns, liebe Geschwister, heute mit unserer Unterrichtsreihe fortzuführen. Und zwar über die Widerlegung der Scheinargumente von irregehenden Gruppierungen. Und wie viele sind sie in dieser heutigen Zeit? Wallahi, es ist keine Ehre für uns, dass wir darüber berichten müssen. Vielmehr macht das unser Herz traurig, dass Leute vom geraden Weg, vom deutlichen Weg, vom Weg der Rechtleitung, den Weg, den Allah subhanahu wa ta'ala für alle Menschen vorgesehen hat, dass die Leute davon deutlich abgewischt sind und wir deswegen diese Unterrichtsreihe machen müssen. Daher ist es sehr, sehr wichtig für uns, dass wir, wenn wir diese Unterrichtsreihe studieren, vor allen Dingen darauf schauen, was sagt Ahlussunna zu bestimmten Dingen. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Aqida, liebe Geschwister, mit der Glaubenslehre. Die Aqida sind alle religiösen Angelegenheiten. An die ein Muslim im Herzen glauben muss und er darf dabei nicht eine Spur von Zweifel haben. Das ist Aqida. Wer diese Gewissheit im Herzen trägt, ohne eine Spur von Zweifel, warum hat er keine Zweifel? Weil er sich am Buche Allahs, azzawajal, und an der Sunna, der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hält, deswegen hat er eine Aqida. Weil diese Aqida, damit wird er vor Allahs, azzawajal stehen. Und diese Aqida ist nicht nur im Herzen. Das, was du im Herzen trägst, dieses wird auch nach außen sichtbar. Und hier sieht man die Aqida von Leuten, die entweder der Rechtsleitung gefolgt sind oder einem abgeirrten Weg. Wir als Muslime müssen den geraden Weg befolgen. Dieser Weg ist kein Weg, wo wir Kompromisse machen. Wir können darüber reden, ob jemand einen Schokokuchen haben möchte oder einen Marmorkuchen. Kein Problem, da können wir uns in der Mitte einigen. Wir können darüber reden, ob jemand Ei zum Frühstück haben will oder vielleicht sogar Champignon-Cremesuppe. Was auch immer, wir können uns hier einigen. Aber wir werden uns niemals mit Kompromiss auf religiöse Inhalte vereinbaren, dieses so von uns aus bestimmen, wo Allah uns nicht die Berechtigung dafür gegeben hat. Dieses ist Religion. Und diese Religion sagt Allah subhanahu wa ta'ala Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und ich habe meine Gnaden an euch vollendet. Und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Wer kann kommen und hier versuchen Kompromisse zu schließen. Vor allen Dingen mit Irre gegangenen, die diese Irre für sich selber ausgesucht haben. Der klare Weg ist da. وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ Allah Azzawajal sagt, und dieses ist mein Weg, ein gerader Weg. Einzahl. Darum folgt ihm und nicht den anderen Wegen. Mehrzahl. Mein Weg, Einzahl. Anderen Wegen, Wege von Schaiatien, Mehrzahl. Wie viele sind sie in dieser heutigen Zeit? Und lasst immer den Hadith in eurem Kopf, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, es wird 73 Gruppen in meiner Umma geben. 72 davon gehen in das Höllenfeuer. Alle sind im Höllenfeuer. Das bedeutet die 72. Er wurde gefragt, und wer ist die errettete Gruppe, o Gesandte Allahs? Er sagte, auf der ich mich befinde und meine Gefährte. Subhanallah, wie barmherzig dieser Rasul, dieser Gesandte ist, dass er uns nicht vorenthalten hat, wer die errettete Gruppe ist. Dass er nicht von dieser Welt gegangen ist, außer dass er uns klargemacht hat, auf welchen Weg wir uns begeben müssen, damit wir zu den erretteten Jawmul Qiyama gehören. Möge Allah uns und euch festigen. Möge Allah uns trotz unserer Schwäche und trotz unserer Sünden und trotz unserer Verfehlung nicht von diesem gnadenvollen Weg abirren lassen. Allahumma amin. Die Gruppe, über die wir heute sprechen, liebe Geschwister, und nochmal, es ist keine Ehre für mich, über solche Leute zu sprechen, denn bei Allah, wenn wir studieren, was diese Leute an Übel gebracht haben und wie viele Leute sie in die Irre geführt haben, so müssen einem die Haare zu Berge stehen und man sagt sich, wie kann jemand so abgeirrt sein, so einer Gruppierung zu folgen, geschweige denn derjenige, der selber diese Gruppe gegründet hat, wie kann man abgewischen von diesem geraden Weg sein? Ich sage euch, was die Antwort ist. Es sind die Herzen, auf die Allah schaut. Und wenn Allah sieht, dass man ein gesundes Herz hat, ein Herz, das die Wahrheit liebt, und ein Herz, welches versucht, der Wahrheit zu folgen, so wird Allah Azza wa Jalla dich auf einem geraden Weg befestigen, sei dir sicher. Aber wenn Allah sieht, dass dein Herz verdorben ist und dass du alles tust, um dieser Religion entgegenzustehen, so siehst du, was wir heute, Inshallah Ta'ala, hören werden über diese abgeirrte Gruppierung. Diese Sekte, liebe Geschwister, die Ahmadiyya, sind die Anhänger von einer Person. Diese Person heißt Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Und er ist im Dorf Qadiyan geboren. Das bedeutet, im Indien. Dieses zu einer Zeit von 1839 bis 1908. Das ist erstmal die Person. Wie heißt der nochmal? Sein Name ist Mirza Ghulam Ahmad. Ghulam im Arabischen bedeutet so viel wie Knabe oder Junge. Manchmal kann es auch ein Bediensteter sein. Und diese Familie, in der er geboren wurde, hereingeboren wurde, war bekannt, dass sie Verräter durch und durch sind. War bekannt, dass sie Verräter durch und durch waren. Bezüglich der Religion und bezüglich ihres Heimatlandes. Er selber, Mirza Ghulam, hört, was er über seinen eigenen Vater sagte. Er sagte, Er sagt über seinen Vater, er selber, Mirza Ghulam Ahmad. Er sagt, mein Vater war Murtaudah. Und er war unter denjenigen, die gute und freundschaftliche Beziehung und ein Regierungsbüro für die Engländer gehabt haben. Er hatte gute und freundliche Beziehung zu den Engländern und er hatte ein Regierungsbüro von ihnen bekommen. Dort hatte er eine Stellung bekommen. Dieser war sozusagen ein Handlanger der Engländer. Ein Handlanger der Engländer. Und die Engländer, wie auch die anderen Kolonialisten, liebe Geschwister, sie sind Feinde des Islams gewesen und sind es bis zu dieser heutigen Zeit. Genauso wie die Franzosen und die anderen Kolonialisten. Wir sehen das bis zu dieser heutigen Zeit. Letztens erst, nach über 70, 80 Jahren, hat sich die französische Regierung dazu bewegt. Bewegt, in kleinen Schritten, dass sie die Gräueltaten zugegeben haben, die sie in Algerien mit den Muslimen an die Muslime verübt haben. Subhanallah. Sie sind nicht nur Verbrecher. Das sind auch Leute, sie hassen die Muslime und sind dann noch hochmütig, das zuzugeben, was sie tun. Und das sehen wir immer wieder. Diese Engländer, diese Kolonialisten, die natürlich einen klaren Plan hatten, den Islam zu vernichten, diese haben sich Handlanger gesucht. Und unter den Muslimen, die muslimische Abstammung sind oder behaupten, Muslime zu sein, werden sie immer Leute finden. Das war geschichtlich immer so gewesen. Dass sie Heuchler finden, die mit ihnen zusammenarbeiten. Dass sie Heuchler finden, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und dieser Rulam, Mirza Ahmed, dieser wuchs in dieser Familie auf. Das heißt, er hat sozusagen den Verrat, die Heuchelei in der Muttermilch mitbekommen. Den Verrat und die Heuchelei in seiner Muttermilch mitbekommen. Und dieser gehörte zu den gehorsamsten Diener, ich sage es Diener, gegenüber der englischen Kolonisation. Sie haben ihn nicht umsonst auserwählt, sondern sie haben ihn auserwählt, damit er mit ihnen den Islam zerstört. Damit er mit ihnen den Islam zerstört. Kannst du dir vorstellen, oh Diener, Allahs, dass du, der sich Muslim nennt, den Kuffar, den Kolonialisten, die den Islam abgrundtief hassen, dass du ein Handlanger, ein Helfer von ihnen bist, um den Islam zu zerstören. Es gibt Leute, die zerstören sich selber, ihre eigene Seele. Aber dann gibt es Leute, die weitaus übler und schlimmer dran sein werden, Jaumul Qiyama. Das sind Leute, sie bringen nicht nur sich in die Irre, sondern sie tragen dazu bei, dass sie auch andere Leute in die Irre führen und gleichzeitig den Kolonialisten, den Islamhassern dazu verhelfen, dass sie den Islam ein Schaden zufügen. Und sie werden niemanden ein Schaden zufügen können, außer was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass die britische Regierung diese Leute mit Samthandschuhen angefasst hat. Das heißt, sie waren sehr gütig zu ihnen, in jeder Hinsicht. Sie haben ihnen Materielles gegeben, Weltliches gegeben. Danach trachten die Heuchler, sie wollen nicht das Jenseits von Allah subhanahu wa ta'ala, wo Allah azza wa jal sagt, Bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben, während ihr das jenseits, während das jenseitige Leben besser, ewiger und beständiger ist. Allahu akbar. Dieser ist ein klarer Verlierer, der sich für die Dunya entscheidet, wie dieser Rulam. In der Tat Rulam, ein Junge, weil er nicht verstanden hat, liebe Geschwister. Wie wir gesagt haben, diese Kolonialisten, die Engländer, haben sich sehr gut mit ihnen verstanden und tiefe Beziehungen zwischen ihnen aufgebaut. Und dann sage ich euch einen klaren Beweis, wo wir wissen, dass diese Leute abgeirrt sind. Diese Kadiani. Wer sind sie? Diese Kadiani, diese Sekte, wurden nicht nur von den Kolonialisten mit Samthandschuhen angefasst und überall hingetragen und gelobt. Nein, sogar in Israel hat man für diese Leute ein Zentrum eröffnet. Für wen? Für die Ahmadiyya. Wir sagen nicht, dass sie Ahmadiyya heißen. Sie heißen Kadianiya. Aber sie nennen sich Ahmadiyya, um die Leute zu täuschen. Sie sind Kadianiya, weil wir gesagt haben, sie kommen aus diesem Gebiet, ursprünglich aus Indien. In Israel hat man, und mit Israel meine ich Philistine natürlich, hat man für sie ein Zentrum aufgebaut. Nicht nur das. Man hat ihnen Schulen erbaut und man hat ihnen ermöglicht, Bücher zu drucken, damit diese auf der gesamten Welt verteilt werden. Jetzt macht ihr ein Bild davon. Wenn die Yahudien dazu verhelfen und sie zufrieden sind mit dir, Wie kann deine Religion sein außer Kufr? Außer Kufr. Und wir werden hören, was die Inhalte der Glaubenslehre von dieser abgeirrten Sekte sind, liebe Geschwister. Sie versuchen sehr viel Wert auf Bildung zu legen. Wer diese Kadianiya? Und haben in der Tat viele Wissenschaftler, die zwar eine gewisse Stellung haben in der Dunia, aber bei Allah Azzawajal sind sie bedeutungslos. Subhanahu wa ta'ala. Bei Allah spielt es keine Rolle, ob du sieben Zeugnisse hast oder zehn Zeugnisse in dieser Dunia. Es spielt eine Rolle, ob du ihn erkannt hast, ihm dienst, wie es ihm gebührt und wie er damit zufrieden ist, bedeutet, dass du dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam folgst und so mit diesem Glauben zu ihm zurückkehrst. Wenn ja, dann bist du in der Tat intelligent. Das andere, diese Zeugnisse werden dir nichts bringen. Jaum al-Qiyama. Diese haben viele gebildete Leute, unter ihnen Ingenieure, Ärzte und so weiter und so fort, liebe Geschwister. Und sie haben in Großbritannien, damit ihr Bescheid wisst, einen gesamten Fernsehsender. Sie nennen das Islamic TV, wir nennen das Shaitan TV. Shaitan TV. Du kannst von morgens bis abends Shaitan sehen in diesem TV. Aber leider muss man sagen, sie sind sehr aktiv. Anders als unsere Leute. Subhanallah. Wallah, ich wundere mich über eine Sache, liebe Geschwister. Diese abgehörten Leute, Qadiyaniya, über die wir gerade reden, sie haben Geld, sie haben Macht und sie haben diese Islamhasser hinter sich. Und das, obwohl sie jemanden hinter sich haben. Schaut mal, was ihre Ergebnisse sind. Bedeutungslos. Bedeutungslos. Es ist jetzt nicht die Welt, die diesen Leuten folgt. Aber Subhanallah. Schaut mal, wir Muslime, wir sind unorganisiert. Wir haben kein Geld. Wir sind nicht wirklich mit Macht ausgestattet. Jeder macht, was er will. Und schaut mal, wie viele Leute zum Islam konvertieren. Allahu Akbar. Was, wenn wir Macht und Organisation hätten? Wenn wir Macht und Organisation hätten? Dann könnten wir tun, was wir tun wollten. Aber trotz dieses schlechten, schlechten Beispiels kommen so viele Leute zum Islam. Das nicht, weil wir gut sind, sondern weil Allah Subhanahu Wa Ta'ala sein Licht vollenden wird, liebe Geschwister. Die meisten von diesen Kadianiyah leben in Indien und in Pakistan. Und manche davon in Israel, weil sie natürlich dort alle Rechte genießen, wie ihr euch vorstellen könnt. Und diese versuchen mit jeder Faser ihres Herzens, wer die Kadianiyah, die Kolonialisten zu unterstützen. Das war schon immer ihr Weg. Ihre Gruppe ist auf Verrat aufgebaut, also werden sie nicht mit dem Verrat vorangehen. Doch, liebe Geschwister. Sie haben so viele Missionierer weltweit. Aber trotzdem, wie ich euch gesagt habe, Subhanallah, was haben sie an Erfolg im Vergleich zu denjenigen, die auf der Wahrheit sind. Dieser Ghulam, Ahmed Mirza, er begann damals als ein Da'ir. Das heißt, als ein Prediger, der zu seinem Weg gerufen hat. Und dann merkte er, dass sich langsam Helfer um ihn versammelt haben. Und dann hat er angefangen, nachdem er gesehen hat, dass sich Leute hinter ihm angeschlossen haben, sich Leute ihm angeschlossen haben, dann hat er angefangen, das aus seinem Herzen herauszubringen, was wirklich darin vorhanden war. Er behauptete, dass er Eingebung von Allah Azza wa Jal bekam. Und dann ging er noch einen Schritt weiter und behauptete sogar, Al-Mahdi zu sein. Und er ging weiter, liebe Geschwister. Er behauptete, Isa a.s.w. zu sein. Wow. Das sind ja kleine Persönlichkeiten. Er musste gleich an die Großen ran. Also er hat sich nicht mit den Kleinen zufrieden gegeben. Und dann behauptete er sogar, der Letzte aller Propheten zu sein. Allahu Akbar. Und sein Prophetentum ist gewaltiger als das Prophetentum von Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Abu'l-Bara, wir kennen das nicht von dir, dass du uns irgendwelche Zitate gibst, ohne dass du uns die Beweise gibst. Wir werden euch die Beweise liefern, und zwar aus ihren Büchern. Und die Gelehrten sagen, diese Kadianiyah, sie haben über 50 Bücher hinterlassen. Sie haben Bücher, Publikationen, Zeitschriften. Das alles existiert noch. Und so wollen wir aus ihren Büchern zitieren, was sie an Glaubensgrundlagen vertreten. Und so heißt es in einer Zeitschrift, worüber dieser Mirza, Ahmed Ghulam, schrieb, liebe Geschwister. Er sagt, la islama bidunil imani bil Ghulam, Ahmed Mirza. Es gibt keinen gültigen Islam, außer dieser glaubt an Ghulam, Ahmed Mirza. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind alle Kupfer. Für diese Leute sind wir Kupfer. Nochmal bitte. La islama bidunil imani bil Ghulam, Ahmed Mirza. Es gibt keinen gültigen Islam, außer für diejenigen, die an diesem Ghulam, Ahmed Mirza glaubt. So wie es auch nicht einen gültigen Hasch gibt, außer man vollzieht oder nimmt am Hasch teil, wo in Qadiyan, in dieser Stadt, in der dieser Scheitan geboren wurde. Das heißt, er hat Mekka ausgetauscht mit dieser Stadt in Indien. Er hat Mekka ausgetauscht mit dieser Stadt in Indien. Abul Barah. Na gut, so schlimm ist das nicht, wenn du das nicht als schlimm siehst. Das heißt, du hast gar kein Wissen über deine Religion. Wir machen weiter, was dieser gesagt hat. Und zwar gibt es ein Kitab, das heißt Kitab al-Tadfkira. Oder in einem anderen Buch Kitab al-Bariya. Hör, was er gesagt hat. Wer? Ghulam, Ahmed Mirza. Er sagte, ra'aytu fi ihdar ru'yai, annani ana nafsillah. Ich sah in einem meiner Träume, dass ich selbst Allah bin. Wer, der nur etwas an Iman besitzt, an Glaube besitzt, wird solche Wörter aushalten. Geschweige denn so einer Person folgen. Wo hat er das gesagt? In Kitab al-Bariya. Und er sagte, Subhanallah, es gibt ein Hadith vom Propheten, wo er Ähnliches sagte. Aber es ist nicht der Propheten, der dieses sagte. Das ist Ghulam, Ahmar, Ahmed Mirza. Was sagte er? Er sagte, Allah hat mir sein Wohl gefallen. Oder Allah hat mir seine Gnade gegeben, indem er mir offenbart hat. Indem er mir offenbart hat. Und er hat mit mir gesprochen, wie er mit den anderen Gesandten gesprochen hat. Wer mir folgt, wird das Paradies betreten. Das heißt, er ist der Maßstab. Ghulam, Ahmed Mirza. Und wer sich mir widersetzt, so ist er ein Käfer und wird in das Höllenfeuer hereingehen. Wir sagen, nein, nicht dieser ist ein Käfer, du bist ein Käfer. Und der Größte dazu möge Allah uns bewahren vor solchen Leuten. Wo sagte er dieses? Das ist, dass Allah ihn offenbart hat und mit ihm geredet hat, wie er mit den Gesandten geredet hat. Und derjenige, der ihm folgt, wird das Paradies betreten. Und wer sich ihm widersetzt, wird in das Höllenfeuer eingehen als Käfer. Dieses sagte er in Al-Kitab-ul-Mubin. Es gibt ein Buch, das heißt Al-Kitab-ul-Mubin. Was ist Al-Kitab-ul-Mubin? Sie haben gesagt, das ist unser Koran. Nicht der Koran, den wir lesen. Sondern ein anderer Koran, weil ihm wurde offenbart. Wem? Ghulam Ahmed Mirza. Ihm wurde offenbart. Deswegen hat er einen eigenen Koran. Und wozu soll er sich dem Koran, der bekannt ist und der von den gesamten Muslimen akzeptiert wird, Warum soll er sich diesem anschließen? Nein, er hat ein eigenes schlaues Büchlein. Al-Kitab-ul-Mubin. Dieses Buch, liebe Geschwister, ist nicht der edle Koran. Sondern das ist sein eigenes Buch. Und so seht ihr diese Leute immer. Sie wollen es sich leicht machen. Weil wenn du mit ihm diskutierst, sagt er dir, das steht nicht in unserem Buch. Das steht in eurem Buch. Wie mit den Schia. Sie sagen, das ist nur ein Drittel vom Koran. Ein anderer Teil ist noch versteckt. Abu Bakr und Omar Amin versteckt. Das heißt, du kannst niemals mit ihm eine Diskussionsgrundlage aufbauen. Warum? Weil er hat eine andere Grundlage als du. Und das ist das, was wir in dem letzten Unterricht gelernt haben. Unsere Grundquellen sind Koran und Sunnah. Ihr seht, dass diese Sekten immer die ersten drei Grundsätze vergewaltigen. Erstmal, dass man sich an Koran und Sunnah hält. Und vor allen Dingen, dass man das Verständnis von Koran und Sunnah nach dem Salaf nimmt und nicht seinen Verstand vor der Religion stellt. Liebe Geschwister, das werden wir wieder bei diesen Leuten sehen. Die haben ein Buch, das heißt Al-Kitab ul-Mobil. Ist das alles? Nein. Höre, was sie sagen in Kitab al-Bushra. Im Band 2. Auf der Seite 97. Sie glauben, dass Allah fastet und betet und schläft und Fehler beginnt. Subhanallah, sagt man, wie kann eine Person sowas sagen? Ich sage euch, wie. Der war drogensüchtig. Wallahi l'adim, der war drogensüchtig. Der hatte Stimmungsschwankungen gehabt durch seine Drogensucht. Aul Balai, jetzt hör auf mit uns zu schätzen. Nein. Bei Qadiyaniya ist es erlaubt, Drogen zu nehmen. Wo können solche Wörter herkommen, außer durch LSD? Woher? Wo können diese Wörter herkommen, außer Heroin und Marihuana mit Olivenöl gemischt? Ja, subhanallah. Wer wird solche Wörter sagen, außer einer, der total verblendet ist? Daher, liebe Geschwister, dieser Rulam Mirza Ahmed war einer, der Drogen konsumiert hat. Und ich frage euch, die ihr ihnen folgt, welche Drogen nimmt ihr? Weil anders kann ich mir nicht erklären, so einer Person zu folgen, der selber jedes Mal immer seine Wörter geändert hat, liebe Geschwister. Die Frage ist doch hier, wie kommt so eine Person zu Anhängern? Die Antwort ist leicht. Diese Leute hinterfragen nichts. Nein, ich füge noch etwas hinzu. Sie dürfen nichts hinterfragen. Sie dürfen nichts hinterfragen. Und daher wissen viele gar nicht, was die Grundlage von diesem Mann ist. Sagt man, ja, ich sehe das anders als Kadiani. Ich bin eine Person, der von diesem nichts wissen will, sondern ich habe da meine eigene Theorie. Dann sage ich ihnen, taat. Woher nehmen wir die Aqida von einer Person, wenn nicht aus seinen Büchern? Jetzt lasst mal, dass ich gesagt habe, der ist drogensüchtig, obwohl das bewiesen ist. Jetzt lasst mal, dass ich gesagt habe, der ist hamar, obwohl das bewiesen ist. Jetzt lasst mal, lasst mal, lasst uns bei seinen Büchern. Ich habe mich selber im Traum gesehen, dass ich Gott bin. Das heißt, er sieht sich im Traum und dann sieht er sich selber im Traum, dass er Gott ist. Offenbarung, wo hast du Offenbarung bekommen? Ja, noch mehr. Allah hat mit mir gesprochen. Natürlich. Warum auch nicht? Spricht Allah mit jedem Drogenjunkie? Sagt, Allah hat mit mir gesprochen. Und Allah hat mich auserwählt. Und ich bin der Beste unter den Leuten. Subhanallah. Das steht doch in seinen Büchern. Das steht doch in seinen Büchern. Liebe Geschwister, es stehen tausend andere Dinge da, die ich euch jetzt nicht vorgelesen habe. Ich denke, derjenige, der nur etwas an Verstand von Allah bekommen hat, dem reichen diese Wörter. Manche Wörter sind mir sehr schwer gefallen. Dieser hat sogar behauptet, Mariam selber zu sein. Mariam. Und dann hat er behauptet, Jesus zu sein. Das heißt, er wurde erst mal Mariam und dann ist er schwanger geworden und dann hat er sich selbst geboren. Ja, passt. Äh. Kein Kommentar. Mir fehlt jede Art von Kommentar. Wallah, er hat behauptet, Mariam zu sein. Er hat behauptet auch, Jesus zu sein. Ja, nee. Subhanallah. Was noch? Er hat nichts ausgelassen. Er hat nichts ausgelassen, außer was er behauptet hat. Kommen wir zu ihren Scheinargumenten. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, die Leute der Bida, sie haben immer dasselbe Muster und das werdet ihr immer sehen. Wenn ihnen Texte, Beweistexte nicht gefallen, dann verdrehen sie die Wörter. Sie fangen an, mit den Wörtern zu spielen. Sie fangen an, mit den Wörtern zu spielen. Ja, wie die Asha'ida zum Beispiel, wenn sie Hand lesen. Die verdrehen das so lange, so lange, so lange, so lange, obwohl der ursprüngliche Begriff da ist, bis es ihrem Gelüst entspricht. Dieser Rollah hat auch mit Wörtern gespielt. Wir kommen gleich dazu. Das heißt, sie verdrehen Wörter, sie spielen mit Wörtern. Dann kommen sie mit unauthentischen Überlieferungen. Das heißt, Überlieferungen, die wir in der Religion nicht berücksichtigen, weil sie nicht authentisch sind. Und dann kommen sie auch zum Schluss mit Texten, die gar nicht zu ihrem Thema passen. Das sehen wir immer wieder bei Ahlul Bida. Was machen sie? Sie verdrehen Wörter. Sie basieren ihre Religion, ihre Aqida auf nicht authentische Beweise. Und diese bringen dir Beweistexte, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, worüber wir uns mit ihnen streiten. Taillet. Schaut mal, wie frech und unerzogen diese Person war. Er sagt, ich habe meine Berechtigung als Prophet. Denn er hat behauptet, ein Prophet zu sein. Tafaddal, ja Ghulam Ahmed Mirza, wo ist der Beweis, dass du Prophet bist? Hört so. Und als Isa, der Sohn von Mariam, der Sohn von Mariam, gesagt hat, oh, Kinder Israels. Denn er wurde, Jesus, zu Kinder Israels geschickt, liebe Geschwister. Ich bin ein Gesandter, Allah ist an euch. Das bestätigend, was vor mir war. Das heißt Taurat. Und ich überbringe euch eine Botschaft von einem neuen Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name ist Ahmed. Sein Name ist Ahmed. Dann sagt Al Ghulamchen, unser kleiner Knabe, Ghulam, Ahmed Mirza. Ich heiße doch Ahmed. Ja, ihr werdet lachen, aber das wurde gesagt. Hei. Schaut mal, liebe Geschwister. Ahmed ist ein anderer Name vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wie es in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari heißt. So sagte Rasulullah und nicht Schaitan und Waliyus Schaitan Mirza. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sagte. Lie 5, tu es mei. Ich habe 5 Namen. Ana Muhammad. Ich heiße Muhammad. Wa Ahmed. Ein anderer Name von ihm. Und Ahmed. Und ich bin der sozusagen Auslöscher, mit dem Allah den Kufr auslöschen wird. Und ich bin derjenige, zu dem die Leute zu seinen Füßen versammelt werden. Und ich bin sozusagen der Letzte, nachdem nichts mehr kommt. Ja, Kadiyani, eine Frage. Was ist der andere Name von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Richtig, Ahmed. Und der Gesandte, der hier nach Jesus verkündet wurde, war Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und nicht jemand anderes. Aber wir haben gesagt, diese Leute, sie spielen mit Wörtern. Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagt in Surat al-Ahzab, Ma kana muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Wa lakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ist nicht der Vater von irgendeinem eurer Männer. Sondern der Gesandte, Allahs und der Letzte aller Propheten. Für jeden Muslim klar. Der Letzte aller Propheten. Khatam al-Nabiyyin. So sagten die Kadiyaniya, diese abgeirrte Sekte. Ja, Khatam ist wie Khatam, ist wie Ring. Damit schmückt man seinen Finger. Und Muhammad hat das Prophetentum geschmückt. Bedeutet nicht, dass er der Letzte Prophet war. Wir spielen mit. Weil es ist auch lustig, manchmal mitzuspielen. Dann sagen wir, okay. Tayyip, jetzt habt ihr uns gesagt, dass das eine Art von Schmuck des Prophetentums durch Muhammad, sallallahu alaihi wasallam war. Wir wissen immer noch nicht euren Beweis, dass Schaitan, Mirza, dieser Prophet sein soll. Gibt uns einen Beweis. Oh, sie sind noch nicht fertig. Pass auf. Dann haben sie eine Überlieferung geholt bei Imam Ahmad. Im Voraus, sie ist schwach, aber wir spielen mit. Wir spielen gerne. Wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt haben soll, La nubuwa tabaadi illa ma sha Allah. Was haben wir gesagt? Sie kommen immer mit Wörtern umzuspielen. Oder mit unauthentischen Überlieferungen. Es wird kein Prophetentum nach mir geben, außer was Allah will. Aha. Was Allah will. In derselben schwachen Überlieferung wurde doch überliefert, was das bedeutet, was Allah will. Ya'ni ar-ru'iya. Hier bedeutet der Traum. Warum? Weil der Traum ist ein Teil vom Prophetentum. Das haben wir in einer anderen authentischen Überlieferung. Das haben wir in einer anderen authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, tatsächlich sagte, Leysa yabaqa ba'adi minan nubuwa ti illa al-ru'iya saliha. Nach mir wird nur sozusagen der wahrhaftige Traum vom Prophetentum übrig bleiben. Das bedeutet, was vom Prophetentum übrig bleibt und nicht ein neuer Prophet ist der wahrhaftige Traum. In einer Überlieferung bei al-Bukhari, der wahrhaftige Traum ist der 46. Teil vom Prophetentum. Ayua, jetzt haben wir nicht mehr viel zu lachen. Sie haben mit den Wörtern gespielt, auch mit den Wörtern im Koran. Als sie gesehen haben, sie kommen nicht weiter, dann haben sie schwache Überlieferungen geholt, die um ein anderes Thema handeln. Jetzt haben wir alle drei Punkte. Schaut mal, was haben wir gesagt? Sie verdrehen Wörter. Zweiter Punkt, sie nehmen unauthentische Überlieferungen. Dritter Punkt, sie kommen mit Überlieferungen, die zwei im anderen Thema sind. Diese haben alle drei Punkte in einem Hadith zusammengefasst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Haben wir keine Überlieferung, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der letzte aller Propheten ist? Na gut, wir spielen mit. Wir sagen, das ist nur im Koran, in der Koran, er ja gemeint, dass das ein Schmuck ist. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat das Prophetentum ausgeschmückt. Er war nicht wirklich der letzte. Dann kommen wir zu den eindeutigen Hadithen. Weil Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, er sagte, wenn die Leute der Bidda'a, des Gelüstes, euch mit mehrdeutigen Ayat kommen, und die Ayat, die wir eigentlich genannt haben, war für gesunde Herzen eigentlich eindeutig, aber wenn die Leute der Bidda'a, euch mit mehrdeutigen Ayat kommen, dann kommt ihnen mit den Sunan, dann kommt ihnen mit den Hadithen. Und genau das machen wir, was Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa adha, und wie sehr hätte er sie geschlagen, wenn er sie in seiner Zeit gesehen hätte, diese Qadjaniya. Wir richten uns an dem, was er uns geraten hat. So wird überliefert. An Abi Hurayrata, radiallahu anhu, an den Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Stunde wird nicht er beginnen, eintreffen, bis 30, 10, 20, 30 Dajjal-Lügner kommen werden, und ein jeder von ihnen wird behaupten, dass er der Gesandte Allah ist. In einer anderen Überlieferung bei Abu Dawud und Sheikh al-Albani hat sie ihn als Sahiha als authentisch klassifiziert. Am Ende der Zeit wird es 30 lügnerische Dajjal geben. Ein jeder von ihnen wird behaupten, dass er ein Prophet ist, und ich bin das Siegel aller Propheten. Höre zu, ya Qadjani, nach mir gibt es keinen Propheten. Auch mehr deutlich. Auch mehr deutlich. Aber weil wir wissen, dass du sehr an deinem Mirza-Hulam hängst, werden wir dir noch eine Überlieferung geben. In As-Sahihin, bei Bukhari und Muslim. So heißt es, liebe Geschwister, in der Überlieferung von Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, und das ist ein wunderschöner Hadith, von dem Propheten, das der Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zakt. Methley und مثel الأnbeier, kemethel, kemethel, kemethel rajul, benn dara, fäكمله وأحسنه, إلا موضع لبنة. Fajعل الناس يدخلون, ويعجبون منها, ويقولون, لو لا موضع, لو لا موضع لبنة سادة Muslim, Muslim fügt noch weiterhin zu, فَجِئْتُ فَخَطَمْتُ الْأَمْبِيَةِ Mein Beispiel mit den Propheten ist das von einem Mann, er prägt jetzt ein Beispiel der Propheten, der ein Haus gut und schön gebaut hat und dabei eine Stelle in der Ecke ausgelassen hat. In dieser Stelle oder an dieser Stelle fehlt ein Ziel. Die Leute, die um das Haus herumgingen und es bewundern, fingen dann an zu sagen, es wäre doch schöner gewesen, wenn der Stein an dieser Stelle, das heißt, das Haus ist perfekt, es fehlt nur dieser Stein. Es wäre doch schön, wenn der Stein an dieser Stelle, wo diese Lücke entstanden ist, an dieser Stelle angebracht worden wäre. Höre, was der Gesamte, sallallahu alaihi wa sallam, sagte. Ich bin dieser Ziegel und ich bin der Letzte, das Siegel aller Propheten, berichtet bei Bukhari und Muslim. Nicht in Kitab-ul-Mubim, im Buch der Qadiyaniyya, sondern berichtet bei Bukhari und Muslim. Und wir geben dir noch ein. So heißt es in einer Überlieferung, an Uqbata ibn Amr, radiyallahu anhu, qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lau kana ba'li nabiyun, lakana Umar ibn al-Khattab. Wenn es nach mir, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ein Propheten geben würde, wäre es Umar ibn al-Khattab. Aber es gibt keinen mehr. Es gibt keinen mehr. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist bei At-Tabarani in Al-Kabir und Sheikh al-Albani, rahim mullah ta'ala, sagt in As-Sin-Sidat, dass sie Hassan ist. Das heißt, von der einen Seite haben wir eine Verdrehung der Wörter von Qadiyaniya und ihrer Anhänger, den Verräter, diejenigen, die alles getan haben, mit Blut und Geld, um den Kolonialisten gegen die Muslime zu helfen. Wo so viele Muslime auch gestorben sind, im Kampf. Möge Allah sallallahu alaihi wa sallam, diese Muslime in das höchste Paradies hereinbringen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ihre sehr simple Wortverdrehung, auf der anderen Seite haben wir Kur'an und Sunnah und Ijma' der gesamten Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was sollen wir hier sagen? Sollen wir uns den Qadiyaniya anschließen und dann sind wir Kuffar? Oder sollen wir uns dem anschließen, was unsere Religion uns als richtiges geboten hat? Wir haben gesagt, der ging immer einen Schritt weiter. Als er gesehen hat, die Leute glauben ihn nicht, dass er Gott ist, dieser Rulam Ahmad Mirza, dann hat er eine Stufe zurückgestellt und hat dann gesagt, er wäre sozusagen Messias und Mahdi und Prophet. Er hat behauptet, auch der erwartete Mahdi zu sein. Wollen wir prüfen, ob Rulam Ahmad Mirza die Eigenschaften und die Informationen, die uns gegeben wurden, die authentischen über Al-Mahdi, ob sie übereinstimmen. Und an dieser Stelle grüße ich die Schia, vielleicht auch ein bisschen zuhören, Inshallah, weil der Mahdi von den Schiaen ist jetzt 1200 Jahren in der Höhle und tatsächlich ist da niemand, aber es wird sehr viel Geld in die Höhle herein getragen und nicht der Mahdi nimmt das Geld, sondern die Schiaen. Na, Teil. Hören wir, welche Eigenschaften hat Al-Mahdi? Der Prophet Sallallahu al-Sallam sagte in einem etwas längeren Hadith, bis er zu der Stelle kam, hatta yuba'atha fihi rajulan minni au min ahli bayti yuwaati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abihi Diese Überlieferung, liebe Geschwister, hat Sheikh al-Albani als sahih klassifiziert und zwar geht es hier um, dass wir etwas erfahren, wer ist Al-Mahdi? Der Prophet Sallallahu al-Sallam sagte, es wird dann irgendwann ein Mann geschickt, gesandt, der von mir ist, das heißt, der von meiner Abstammung ist oder von der Familie meines Hauses, von der Familie meines Hauses und dieser Mahdi, um genau zu sein, ist von der Linie von Fatima und von Al-Hasen. Er sagte, sein Name von Al-Mahdi, sein Name ist derselbe wie mein Name und der Name vom Vater von Mahdi ist wie der Name von meinem Vater. Wie hieß der Prophet Muhammad Sallallahu Al-Alihiwassalam? Muhammad ibn Abdillah. Ibn Abdillah. Tay. Jetzt gucken wir mal. Oh nein, Mirza Ahmad passt nicht wirklich. Nee. Abstammung vom Propheten Sallallahu Sallallahu Nein, aber vom Schaitan. Von den Nachkommen von Schaitan. Name passt nicht. Der Vater hieß Guru Guru von Ahmad Mirza, will keiner wissen und interessiert auch niemanden, um ehrlich zu sein. Das heißt, der Name ist schon mal nicht der Sinn. Dann sagte der Prophet Sallallahu Al-Alihiwassalam Es wird berichtet, dass der Prophet Sallallahu Al-Alihiwassalam sagte, und diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist bei Al-Hakim in Al-Mustadrak und Sheikh Al-Albani hat sie als authentisch klassifiziert. Am Ende der Zeit von meiner Umma wird der Mahdi erscheinen, so sagte der Prophet Sallallahu Tayyib. Ahmad Mirza, wann ist er geboren? Was haben wir gesagt? 1836? Ja. Er war schon mal nicht am Ende der Umma oder am Ende der Zeit. Es war Zeit, dass er endlich stirbt, aber es war nicht am Ende der Zeit von der Umma vom Propheten Sallallahu Salam. Er sagte, am Ende der Zeit von meiner Umma wird der Mahdi erscheinen und Allah wird ihm sozusagen den Regengefügsag machen. Und die Erde wird Früchte hervorbringen und Pflanzen und es wird eine Menge an Geld da sein. Es wird viel Geld da sein. Keiner wird vom anderen Geld nehmen wollen. Wenn einer kommt und sagt, brauchst du Geld? Jeder wird sagen, nein. Ein jeder wird genug zu essen und zu trinken haben. Und er sagte Sallallahu und das Vieh wird viel sein in dieser Umma und es wird eine große Bereicherung geben. Er wird für sieben oder acht Jahre regieren. Dieser Rulam Ahmad hat nicht einen Tag regiert. Ich weiß nicht mal, ob er zu Hause regieren durfte. Ich glaube nicht, dass seine Frau ihn ernst genommen hat. Aber der tatsächliche Mahdi wird sieben oder acht Jahre regieren. Ein Mann. Ein Mann. Und nichts anderes. Dann, liebe Geschwister, um noch eine Eigenschaft von Mahdi zu nennen, sagte der Prophet und die Überlieferung ist von Jabeb, Ibn Abdillah sie verzeichnet bei Tabarani in Al-Mu'jar und Abu Ja'la und Imam Ahmad und Sheikh Albani sagt in Dass sie authentisch ist. Yanzilu Isa bina Maryam fayaquulu Amiruhum al-Mahdi ta'ala salli bina fayaquulu la inna ba'dahum amiru ba'din takrimah So sagt der Prophet sallallahu alayhi wasalam Isa alayhi salatu wasalam der Sohn von Maryam wird herab gesandt das heißt er wird herunter kommen So wird er sagen so wird Al-Mahdi sagen, komm Ya Isa. Das heißt, das ist in der Zeit, wo Mahdi da sein wird. Mahdi ist einer von den großen Zeichen. So wird Mahdi in dieser Zeit sagen, komm Ya Isa und bete für uns vor. Dann wird Isa a.s. sagen, ihr seid einer des anderen Führers. Eine Ehre für diese Ummah. Mirza war da, Isa war nicht da. Mirza war da, Mahdi war nicht da. Und glaubst du wirklich, Mahdi hätte dich vorbeten lassen? Wenn du alkoholisiert bist und voller Drogen bist, was hättest du gelesen? Was hättest du gelesen? Wer würde dich vorbeten lassen? Wallahi, nicht mal hinter dem Iman dürftest du beten. Weil Kuffar dürfen nicht in der Reihe von den Muslimen beten. Und daher, liebe Geschwister, hören wir, was das Komitee der Gelehrten gesagt haben. Sie sagten, das, was Mirza Ulam Ahmed vom Prophetentum und von der Botschaft und Offenbarung behauptete, ist eine klare Verleugnung von dem. Das heißt, von dem, was notwendigerweise von der Religion zu wissen sein muss, was von der Regel definitiv, von der Religion definitiv bestätigt wurde von dem Ende des Prophetentums durch Mohammed Sallallahu definitiv nicht. Schaut mal, subhanallah, wir sind ja für sie Kuffar, weil wir glauben nicht, dass Ahmed Mirza der Prophet ist. Deswegen sind wir für sie Kuffar. Wir sagen, das stimmt, ihr sagt über uns, dass wir Kuffar sind. Das stimmt, das ist bewiesen, dass ihr das sagt. Aber wir sagen mit Recht über euch, dass ihr Kuffar seid. Weil uns hat keiner angehalten, Ahmed Mirza zu folgen. Vielmehr sollten wir Mohammed Sallallahu Alayhi Wasallam Ibn Abdillah folgen. Wir folgen Mohammed Sallallahu Sallallahu Wir sind Muslime und Alhamdulillah. Möge Allah uns auch zu Gläubigen machen. Aber diese Leute von Ghulam Ahmed Mirza folgen ihm und damit haben sie die Religion verlassen. Die einen behaupten und das sagen wir immer, liebe Geschwister. Schaut mal über Ahlus Sunnah was alles behauptet wird. Der und der und der und der und der. Diese Leute und wir werden das noch oft hören. Diese Sekten über die wir berichten die Kufriyat in ihrer Akide haben Unglaube. Sie sagen über uns dass wir Kuffar sind. Wobei wir uns an die Regel von Ahlus Sunnah halten und diese Leute nicht. Aber behaupten kann jeder viel. Zum Schluss aber kommt es darauf an wer den richtigen Glauben trägt und wer den falschen Glauben trägt. Insofern ist es unter den Gelehrten klar, dass diese Leute von uns aus gesehen Kuffar sind. Wir dürfen nicht ihr Fleisch essen. Wir dürfen nicht von ihren Frauen heiraten. Im Übrigen nur damit ihr einen kleinen Witz hört. Also das ist jetzt wirklich Wahrheit aber es ist ein Witz aus unserer Sicht. Bei Kadianiyah ist es so sie sagen sie dürfen nicht sie dürfen also die muslimischen Männer dürfen nicht von Kadianiyah heiraten. Die muslimischen Männer dürfen nicht von Kadianiyah heiraten von der Sekte von Kadianiyah. Aber ein muslimischer Mann von Kadianiyah darf eine muslimische Frau heiraten weil er sie als Ahlul Kitab sieht. du hast wirklich viele Drogen genommen und manche haben dir nicht gut getan. Ja verzeiht mir aber was kann man außer lachen über diese Leute? Was kann man außer lachen über diese Leute? Möge Allah uns auf einen geraden Weg befestigen und uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Al-Shaytan? Möge Allah mir vergeben. Subhanaklamo wa bihamdik ashadu an la ilah illa an astaghfiruka wa tu boleik Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmein. Inshallah den Livestream schließen und dann inshallah öffnen wir einen neuen Livestream für die Fragen verzeiht mir liebe Geschwister bleibt noch im Livestream ich habe vergessen zu erwähnen wie dieser Ghulam Ahmed Mirza verstorben ist Subhanallah Jazakallah khairan Wallahi das ist eine Geschichte die uns allen Angst machen sollte wir haben ja gesagt ich habe das vergessen ich glaube 1936 ist er 1908 viel zu lange hat er gelebt aber so hat Allah das bestimmt dieser Ahmed Mirza ist ein üblen Tod gestorben passt auf lasst uns hören wie ist er gestorben es gab einen Gelehrten damals aus dieser Gegend der war ein erheblicher Widersacher von diesem Ahmed Mirza und er hat ihn zur Diskussion aufgefordert er hat ihn herausgefordert zur Diskussion und Ahmed Mirza was hat er zu bieten natürlich könnt ihr euch vorstellen dass er sich von dieser Diskussion fernhalten wollte so hat als letzte Möglichkeit dieser Gelehrte gesehen und das haben wir in unserer Religion wenn jemand etwas behauptet dann soll er schwören dass das die Wahrheit ist oder der Fluch Allahs liegt auf ihm in Surat Ali Imran haben wir diese Vorgehensweise liebe Geschwister wir können jetzt nicht darauf eingehen und subhanallah nach dieser Sache ein paar wenige Tage später ist dieser Ahmed Mirza gestorben wo einige Gelehrte erwähnen er ist am Abort gestorben das heißt auf Toilette und die Najasa das heißt die Unreinheit ich will jetzt nicht den Namen dafür nennen die Unreinheit kam aus seinen Augen und aus seinem Mund heraus das ist das Ende für einen jeden der es mit Allah aufnimmt und mit dem Gesandten das war das Ende von diesem üblen Mann möge Allah uns allen ein gutes Ende geben und wir schließen jetzt den Livestream und machen gleich wieder ein Auf Barak La Fikum Wajizakum Lakhira Wajizakum Lakhira Subhanallah ich habe das fast ich wollte mir das bin